Hallo, Harli hier. Herzlich Willkommen zu Let's Play Mind & Magic World of Xeem. Ein Let's Play, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Ich wollte es nur halt leider nicht als erstes Projekt starten, da ich ja erstmal ein bisschen mit der Aufnahmetechnik und so weiter klarkommen muss und auch mit dem Commentary. Vielleicht bin ich auch immer noch nicht auf dem Höhepunkt meiner Leistung, aber ich denke mir, das muss so jetzt erstmal reichen. Wir werden es einfach mal sehen. Also wie gesagt, Mind & Magic World of Xeem. Zum einen muss ich das unbedingt spielen, weil ich hier liebe Rollenspiele. Und zum anderen war dieses hier halt das erste Mal, dass ich mit diesem Genere in Kontakt gekommen bin. Und dazu kommt, dass ich finde, es ist ein Unikat, was die Spiele angeht, aufgrund einer kleinen Besonderheit. Wer kennt es nicht? Man kann ja heutzutage in sehr vielen Spielen, wenn man ein Spiel gespielt hat und davon ein Nachfolger kommt, kann man teilweise halt die Spielcharaktere mit in dieses neue Spiel nehmen und das dort fortführen. Ich kenne aber kein Spiel, abgesehen von Mind & Magic World of Xeem, wo es möglich ist, mit diesen Charakteren in diesem Fall zwischen den Welten zu wechseln, wie es lustig ist. Mind & Magic World of Xeem besteht nämlich aus zwei Spielen. Zum einen Mind & Magic 4, Clouds of Xeem und zum anderen Mind & Magic 5, Darkseid of Xeem. Die Welt Xeem ist eine Scheibe und jede Scheibe hat halt, wie man es halt kennt, eine Ober- und eine Unterseite. Das sind halt die Clouds und die Darkseid of Xeem. Es sind halt zwei Spiele, einmal Clouds of Xeem von 92 und Darkseid von 93. Wer halt 92 sich die Clouds of Xeem gekauft hat, konnte halt ein komplettes Spiel spielen und hat sich halt nur gewundert, warum für die einen oder andere Quest der Questgegenstand nicht aufzufinden war. Weil es den Ort, wo es den zu finden gab, einfach nicht auf dieser Welt gab. Dann 1993 mit Darkseid of Xeem gab es plötzlich diese Welten und Orte, wo man diese Quest danach beenden konnte. War halt, wer jetzt den Vorgänger nicht kannte, auch wieder eine eigenständige Welt. Man hatte also eigentlich keine Vor- oder Nachteile dadurch. Das einzige Spiel ist, wie gesagt, man kann es halt verbinden. Ich fange jetzt einfach mal an, jetzt ein bisschen hier. My The Magic 4 halt Clouds of Xeem hat seine eigene Geschichte. Da geht es zum Beispiel darum, dass der Bruder des Königs nach Jahren der Abwesenheit wieder nach Hause zurückgekommen ist. Er war halt vorher auf der Suche nach der Welt unter der Welt. Also wie gesagt, nach der anderen Hälfte der Scheibe, halt nach Darkseid. Ist halt zurückgekehrt und hat dann lustig von einem Spiegel gefaselt, den er unbedingt finden müsste. Und da hat der König sich gedacht, gut Brüderchen, ich helfe dir dabei. Der hat dann Abenteuer zu sich her bestellt und hat die dann losgeschickt, diesen sechsten Spiegel zu suchen. Nur sind die halt immer wieder zurückgekommen und haben den halt nicht gefunden. Aufgrund dessen musste die Staatskasse natürlich schwer darunter leiden. Die Abenteuer wollten auch alle irgendwie bezahlt werden. Und irgendwann dachte sich der Hofmagier, nenne ich ihn erstmal hier, Krodo glaube ich hieß der. Irgendwas stimmt da doch nicht. Der ist dann so nachts ein bisschen durch das Schloss rumgegeistert und hat ein bisschen rumgeguckt. Und dann hat er halt aus dem Zimmer vom Bruder des Königs Stimmen vernommen. Ist da hingegangen und hat dann gesehen, dass der Bruder wohl nicht der ist, der zu sein scheint. Und dann kam es halt zu einem magischen Gefecht. Der Krodo, der Hofmagier konnte den Bruder des Königs nicht besiegen, weil dieser untot war. Und hat dann noch gesagt, hier, ich bin Lord Xen und du hast dir gar nichts mehr zu melden. Und irgendwann gehört die ganze Welt und der König hört sowieso auf mein Kommando, gehört halt alles mir. Hat er den Krodo geschnappt und in einen Turm gesperrt, magisch versiegelt, sodass Krodo nicht entkommen konnte. Und die einzige Möglichkeit für den Hofmagier irgendwie auf sich und diese Probleme aufmerksam zu machen, war halt einen Traum in die Welt rauszuschicken. Unter dem halt die gesamte Bevölkerung sozusagen mehr oder weniger zu leiden hatte. Also die haben alle mitgekriegt. Und zwar bis zu einem Punkt, wo dann der Turm, in dem der Zauberer gefangen war, halt zerstört wurde. So, dieser Traum ist jetzt sozusagen das Intro hier von Clouds of Xen, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Grandios, wirklich, müsst ihr gesehen haben. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unfassbar! Die königliche Pyramide belagert! Die Prophezeiung ist fast erfüllt, doch Adama versetzt in eine Mission und das Land Xen in große Gefahr. Ich halte nicht länger durch. Königin Kalindra! Mein Pharao, ich bin gefangen. Es ist aus. Und was ist mit dem Würfel? Ich habe ihn, Pharao. Adama, du missratene Maschine. Du zerstörst uns alle. Meine Monsterfreunde, helft ihr mir? Wir lieben Adama! Kermitza! Mein Freund Ellinger, du musst Hilfe schicken. Aber Pharao, auch ich bin in meinem Turm eingeschlossen. Dann werde ich die Kugel aufsehen. Xens Schicksal liegt nicht mehr in unseren Händen. Such Hilfe, mein Kleiner! Hast du nicht in leveraging Werden? Et er ist manchmal auch eigentlich der Kind asylum. Da weiß ich mich nicht. scoop auf D πολze! P less Joc H Jaw und Hilder baile。 Spann das פאני Wunsch Spannende Spannende Står So, das Intro war jetzt vielleicht auch nicht gerade das schönste, aber ich finde diese Melodie einfach auch nach 20 Jahren immer noch total grandios. Weil, wie gesagt, wahrscheinlich einfach, weil es mit meinem erstes Rollenspiel war. Ich muss auch sagen, ich hatte halt nur Darkseid früher. Ich habe mir jetzt halt extra die Clords mit dazu geholt, weil ich mir dachte, wenn ich das jetzt schon mal spiele, dann wenigstens komplett. Ich habe Darkseid auch nie durchgespielt und wie gesagt, Clords gar nicht. Ich glaube, bei Darkseid, wenn es um die Haupthandlung geht, vielleicht bei 10, 15 Prozent, was das angeht, was ich halt gespielt habe. Also, wie gesagt, das fällt mir unter Blind, was ich hier spielen werde. Heißt, ihr könnt euch ruhig nachher in den Kommentaren darüber auslassen, was für einen Scheiß ich hier gebaut habe. Es ist halt nicht schlimm. Jeder muss halt irgendwie mal anfangen. Und, äh, das ist jetzt auch schon die zweite Aufnahme. Das sehen wir nämlich jetzt gleich. Wenn ich nämlich jetzt auf neues Spiel gehe, sieht man jetzt im Malspiel hier das lustige Deathspiel, das ich einmal angefangen habe. Einfach nur, um für meinen Kanal-Trailer etwas zu haben. Das Let's Play, was ich angefangen habe, was aber von der Aufnahme sowas von schrecklich war, dass ich, äh, jetzt mir dachte, ich fange nochmal von vorne an. Das heißt, ich muss mir jetzt den Startspielstand aussuchen. Nehmen wir jetzt einmal den dritten. Dem geben wir einen Namen. Nehmen wir ihn auch mal. Let's Play 2. Irgendwie müssen wir anfangen. Und jetzt können wir den Spielmodus wählen. Der Spielmodus bestimmt eigentlich nur die Anzahl der Monster, die wir in einer freien Gegend finden. Wenn wir uns also durch die Welt bewegen, tauchen beim Kämpfer weit mehr Monster auf wie beim Abenteurer. Ich habe aber jetzt in sehr vielen, äh, auf sehr vielen Seiten, die ich im Internet geguckt habe, gelesen, man sollte doch lieber Abenteurer nehmen. Das wird auch in der Zeitschrift, die ich halt dazu habe, empfohlen. Da das Spiel eigentlich vom Reiz nicht viel verliert dadurch. Aber die Kämpfe, die dann beim Kämpfer wirklich sehr extrem ausfallen, mit der Zeit einem wohl auf die Nerven gehen würden. Also nehme auch ich einfach mal den Abenteurer. So, wir befinden uns jetzt halt in Xeen. Jetzt erstmal eine kleine, ähm, Einführung, was hier das Interface angeht. Als erstes hier unten sieht man halt die Party, bestehend aus sechs Leuten. Wir könnten jetzt auch neue auswählen. Da gibt es jetzt hier hinten eine Schenke. In der Schenke kann man sich dann sozusagen neue Leute auswürfeln. Das läuft halt per Zufallsprinzip. Wenn ich jetzt auf einmal draufklicke, sieht man jetzt die verschiedenen Attribute, die er hat. Die können gewürfelt werden, ich glaube von, äh, 12 bis 21. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und man kann sich da halt schön die Mühe machen und versuchen, maximale Punkte zu kriegen, um halt die verschiedenen Klassen auszuwählen. Hier im Paladin halt, man sieht es ja da oben. Einen Ritter, einen Waldläufer, Dieb, Kleriker, Zauberer, gibt noch irgendwie einen Ninja und was weiß ich nicht. Ganz, also relativ viele Klassen, die unterschiedliche Voraussetzungen haben. Verschiedene Rassen, wie halt den Mensch und hier ein Halborg. Dann gibt es Genom, Zwerg, das ist auch ein Mensch und da 11. Ne, und wie gesagt, die haben halt alle verschiedene Vor- und Nachteile. Man muss dann auch gucken, zum Beispiel der Zauberer. Es gibt hier zum Beispiel auch Talente im Menü. Der Zauberer zum Beispiel hat das Talentkartograph. Nur wenn man einen Kartograph hat, wird hier oben die Karte mitgezeichnet. Ansonsten gibt es sie nicht. Wer keinen Kartographen hat, hat Pech, beziehungsweise muss erstmal einen Kartograph beibringen. Gibt es zum Beispiel bei Kleriker, Menschen können zum Beispiel schwimmen. Das heißt, dieser Mensch kann schwimmen und der Mensch, halt, der Mensch kann auch schwimmen. Und ist als Paladin auch noch nebenbei ein Kreuzritter. Der Halborg kann nicht schwimmen als Ritter, aber hat er zum Beispiel den Waffenmeister. Und so weiter und so fort. Wir haben einen Pfadfinder und einen Türenfinder. Nur Pfadfinder können beispielsweise sich durch die Wälder bewegen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, brauchen wir zwei Pfadfinder, um durch den dichten Wald zu kommen. Genauso wie auch zwei Leute klettern müssen, um jetzt Berge besteigen zu können. Im Gegensatz zu vielen neueren Spielen muss man hier auch regelmäßig was essen. Wir haben halt Nahrung für fünf Tage dabei. Und die Kondition zum Beispiel hatten wir jetzt auch nochmal. Derzeit sind alle unsere Leute okay. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, die können krank sein, die können müde sein, die können verliebt sein. Unglücklich verliebt, denen kann schlecht sein. Sie können bewusstlos sein und ach, was weiß ich nicht was. Und das hat halt alles Aufwirkungen, was die einzelnen Attribute angeht. Wenn die Leute nicht schlafen, werden sie halt müde und verlieren halt Punkte. Wenn sie nicht regelmäßig essen, werden sie müde und verlieren ihre Punkte. Und so weiter und so fort. Und ein Manko, das, was ich jetzt zum Beispiel, da ich halt Rollenspiel verwöhnt bin, ist eigentlich nur das Gegenstandsmiliken. Man sieht hier einfach nur eine Liste. Da stehen halt die Namen der Gegenstände, die man hat. Also der Waffen beispielsweise. Oder halt der Rüstungen und so weiter. Und man sieht einfach nicht Werte. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, welcher zum Beispiel bei der Frau zwei verschiedene Dolche hätte. Welcher von den beiden Dolchen ist besser. Das muss man durch Ausprobieren herausfinden. Beziehungsweise ich habe auch noch nichts gefunden, wo jetzt drin steht. Du machst so und so viel Schaden. Man sieht halt die Rüstungsklasse, die kann man vergleichen, welchen andere Rüstunganleger und so weiter. Dann steigt der Wert oder er sinkt. Da kann man also ausprobieren. Aber ich habe hier noch nichts gefunden, wo jetzt steht. Wenn du die und die Waffe jetzt änderst, hast du so und so viel mehr Schaden je Schlag. Hier ist es nicht so wie in anderen Spielen, wo jetzt zum Beispiel hier auf Schaden die Sekunde oder wie auch immer gerechnet wird. Da das ist rundenbasierend. Das heißt, da vorne sehen wir zum Beispiel schon mal einen Gegner. Wir können einfach mal mit einem Pfeil darauf schießen. Dann wird hier halt einen Pfeil losfliegen und der Gegner ist schon platt. Bis zu vier Pfeile können hier losfliegen. Das kommt darauf an, wie viele Leute halt einen Bogen in der Hand haben. Und was ihr oben jetzt seht, ist die Fledermaus reißt das Maul auf. Das heißt, die Gegend ist gefährlich. Also Gegner sind in der Nähe. Hier zum Beispiel die Edelsteine an den Seiten. Wenn die grünen leuchten, heißt das, dass es ein Schutzzauber auf uns aktiv ist. Wenn der, dieser, weiß ich nicht, Wasserspeier, nennen wir ihn jetzt einfach mal mit seinen Flügeln flattert, heißt das, wir haben gerade einen Schwebezauber aktiv. Und wenn der mit der Hand wedelt, hier zum Beispiel, heißt das, da ist eine versteckte Tür. Die hier sind zum Beispiel, es gibt einen Zauber, der heißt Hellsehen. Das heißt, wenn man in irgendwelchen Rätseln sitzt und sich dort entscheiden muss, zwischen zwei Antwortmöglichkeiten, wie Ja oder Nein, schütteln die den Kopf oder nicken, um einem sozusagen das Ergebnis mitzuteilen. Sind die beiden sich nicht einig, ist es egal, was man macht. Also relativ einfach. Wie ihr jetzt gerade schon in der Bewegung wahrscheinlich gesehen habt, ist, ich kann mich hier immer nur um 90 Grad drehen. Die Welt ist nicht frei, die ist halt schachbrettartig aufgebaut. Ich gehe halt immer dann ein Feld vor, kann mich dann nach links oder rechts drehen und kann dann weitergehen. Immer wenn ich eine Bewegung mache, das Drehen zählt nicht dazu. Sondern wenn ich zum Beispiel jetzt nach vorne gehe, bewegt sich auch der Gegner danach. Und wenn man sich dann halt trifft, wird das meistens ausgewürfelt. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, der Gegner hat einen Schlag und dann haben wir alle einen Schlag. Also alle sechs Leute dann nach und nach durch. Es kann aber auch sein, dass das Monster einen Bonus hat und in der Runde beispielsweise noch zweimal angreifen kann. Oder man selber ist im Level höher, dass man selber öfter angreifen kann und so weiter und so fort. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier auch alles durchwühlen. Ich kann jetzt zum Beispiel den Baum suchen. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt unsere Nummer 4 das meiste Glück hat. Deswegen nehme ich natürlich sie. Und das sollte man auch machen. Das ist halt, man nennt es eigentlich ja Dungeon Crawler teilweise. Das ist so ein Vorläufer von sagen wir mal Diablo. Durch die Gegend laufen, alles durchsuchen, so viele Monster schlachten wie möglich. Im Level aufsteigen und den Endgegner besiegen. Gut, insgeheim auch so wie jedes andere Rollenspiel auch. Aber ich habe mich ein bisschen belesen und weiß zum Beispiel, dass die Macher von Diablo sich entschieden haben, die wollten das Spiel erst so ähnlich aufbauen. Halt als rundenbasierende DOS-Anwendung. Bis halt die Firma von Blizzard aufgekauft wurde. Und Blizzard hat dann gesagt, nee, wir hätten das alle gerne unter Windows und wir hätten das gerne in Echtzeit. Und erst dann wurde aus Diablo das, was es halt heute ist. Deswegen sehe ich halt gerade die Mind & Magic Reihe, weil die halt auch relativ casual freundlich ist. Also sie ist nicht sehr einfach. Ist aber auch nicht sauschwer. Die bewegt sich in so einem schönen mittleren Bereich. Wie gesagt, ich sehe Mind & Magic so als Grundlage sehr vieler Rollenspiele, die heutzutage halt auch große Reihen darstellen. Ich muss sagen, ich habe ja auch andere gespielt, zum Beispiel das Schwarze Auge, Schatten über Riva von 96. Da kann man sich halt im Gegensatz zu diesem Spiel halt frei bewegen. Muss aber dazu wieder sagen, die Technik ist ja dann schon vier Jahre weiter gewesen. Aber die Welt dort ist relativ klein. Dann kannst du natürlich auch ein anderes Spiel anführen von 96, nämlich The Elder Scrolls Daggerfall. Weil da war die Welt ja auch riesengroß und freibeweglich, aber halt zufallsgeneriert. Hier ist die Welt eigentlich auch, also sehr groß, durch beide K-Spiele sowieso gigantisch. Aber alles fest. Ob das jetzt vom Vorteil ist oder nicht, so jetzt habe ich natürlich schon draufgeklickt, also diese Häuschen, Zelte, die wir gerade gesehen haben, die bestimmen jetzt, die geben sie den Questgeber oder Lehrmeister oder was auch immer. Also haben wir hier Gunther, der Bürgermeister. Willkommen in Vertigo. Leider ist ein Großteil der Bevölkerung abgehauen, wegen der Ungeziefer. Vor ein paar Jahren holte ich Joe, den Exterminator, um die Stadt zu befreien. Aber das Problem scheint schlimmer zu werden. Vielleicht könnt ihr helfen. So, das ist unsere erste Mission in World of Xean. Und zwar finde ich heraus, warum der Rattenfänger seinen Job nicht richtig nachgeht. Jetzt muss ich natürlich ehrlich sagen, wie gesagt, ich hatte ja schon eine Aufnahme gemacht. Das heißt, ich weiß, ob was zu tun ist. Hier geht es zum Beispiel raus. Das zeige ich aber erst später. Unser erster Auftrag ist jetzt halt, wie gesagt, das mit dem Rattenfänger herauszufinden. Aber erstmal die Bäume mit durchwühlen. Den haben wir auch noch nicht. So. Hier sehen wir zum Beispiel Türen. Und das habe ich auch gelernt. Ich nehme jetzt nicht die Nummer 4 für die Türen. Weil die macht immer... Eigentlich hat die immer groß Aua-Aua gemacht. Die Frau, die war so oft bewusstlos, als ich das hier in der ersten Aufnahme-Session gespielt habe. Das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. So. Und man sieht auch, man kann mal vorbeischießen. Man trifft halt nicht immer. Oh, Käfer. Finde ich sowieso immer ganz lustig in Rollenspielen. Und zwar die Gegnerwahl. Die Gegnerwahl am Anfang ist ja immer... immer, sagen wir mal, relativ widerlich. Nennen wir es einfach mal. Es gibt dann Ratten, Riesenspinnen oder wie in diesem Fall einfach nur gigantinomisch große... Rollschrecken. Scheint wohl irgendwie üblich zu sein bei Rollenspielen. Man kennt das ja zum Beispiel jetzt. Nehmen wir die Elder Scrolls-Reihe. Ich weiß nicht, ob es jetzt in Skyrim oder in Oblivion war. Aber die machen sich ja auch mehr oder weniger darüber lustig. So, von wegen... Warum muss jetzt zum Beispiel in der Krieger-Gilde immer der erste Auftrag mit Ratten zu tun haben? So, jetzt bin ich hier schon wieder am Quatschen über Rollenspiele. Aber ich habe das Interface noch gar nicht komplett zu Ende erklärt. So, hier unten ist die Bewegung. Die kann man natürlich auch mit der Tastatur machen. Und hier ist jetzt sozusagen das Kampfmenü. Das sagt einmal, wenn wir den Standard nutzen, von dem der jetzt gerade dran ist. Das wäre jetzt eine Zauberauswahl. Da könnt ihr jetzt drauf gehen. Könnt ihr einen neuen Zauber auswählen. Will Licht oder Erwachen. Erwachen klappt nur bei Leuten, die jetzt gerade schlafen. Licht ist halt, wenn man gerade in dunklen Höhlen unterwegs ist. Das heißt, es hilft uns hier nicht weiter. Steht da halt noch mal Preis dran. Und wie viele Spruchpunkte wir haben. Das ist jetzt einfach nur ein Zustechen. Das können wir jetzt einfach auch mal nutzen. Das hier wäre ein Benutzen von Gegenständen. Hiermit können Leute fliehen. Wenn das hier unten jetzt schon langsam rot wäre, zum Beispiel nicht grün, könnte man sagen, okay, die Frau muss jetzt weglaufen. Die wird dann halt ein, zwei Felder zurückgehen. Und wenn der Kampf vorbei ist, trifft man sich halt wieder in einer kompletten Gruppe. Das heißt, diese Runde blocken. Das heißt, wenn der Gegner das nächste Mal angreift, wird man, wenn man Glück hat, keinen Schaden. Das weiß ich nicht. Das auch nicht. Und das auch nicht. Tut mir leid. Lässt sich auch noch rausfinden. So, wenn wir das nicht im Kampf sind, sieht man halt dieses Menü. Das einmal, wie gesagt, das mit dem Pfeilen. Das hat man schon gesehen. Auch wieder das mit dem Zaubern. Hier kann man dich dann halt schlafen legen. Da kann man Türen eintreten. Das weiß ich gerade nicht. Ach doch, nee. Damit kann man einen von den Leuten wegschicken. Kann man jetzt sagen, hier, geh in die nächste Kneipe. Besauf dich da. Wir wollen einfach anderen Typen mitnehmen. Das ist eine Schriftrolle. Da sind dann halt die Aufgaben, beispielsweise gelistet. Questgegenstände und halt Notizen. Hier einfach nochmal die Karte. Wobei ich bei der Karte zum Beispiel schrecklich finde, dass man halt nicht eine gesamte Karte zum Beispiel von Bertigo der Stadt zieht, sondern halt auch nur so ein komisches Quadrat. Das ist, äh, wenn ich da jetzt draufklicke, ich gucke einfach mal. Achso, das ist einfach eine Information. Tag 1 um 9.13 Uhr. Erster Tag im Jahr 610. Und das hier ist eine Kurzübersicht, wo halt nochmal jeder drin steht, mit seiner Klasse, welche Stufe hat, Trefferpunkte, Spruchpunkte, Rüstungsklasse und wie die Kondition ist, was wir an Geld haben und für wie viele Tage wir Nahrung haben. So, jetzt, ähm, was das Level-Up angeht. Es ist jetzt nicht so, dass nachher irgendwelche Fertigkeiten höher gehen. Man sammelt halt in diesem Fall hier Erfahrung. 200 haben wir schon. Für den Aufschieb brauchen wir 1300. Wenn die erreicht ist, können wir zum Trainer gehen. Und beim Trainer erhöhen wir dann halt hier unsere Stufe. Dadurch erhöhen sich dann halt auch die Attribute, die Trefferpunkte und die Spruchpunkte. Und wir sehen, unsere nette Frau hat nur noch einen einzigen Trefferpunkt. Was machen wir also? Wir lassen... Nein, ja, das habe ich nicht gezaubert. Ich bin aber auch. Erste Hilfe, okay. Zaubern, auf, ich selber. So, und schon haben wir Trefferpunkte 7. Ne, also so funktioniert das hier alles. So, und jetzt versuchen wir halt erstmal das mit dem Joe rauszufinden. Ich mache diese Folge jetzt auch erstmal am Anfang ein bisschen länger. Einfach, weil ich das gern so hätte. Dann kriege ich mal ein bisschen was gezeigt. So, öffnen, mach mal und Feuer. Klappt, da kommt noch welche. Also wie gesagt, ich glaube ja, dass die Leute beim Entwicklung von Rollenspielen hauptsächlich halt mit den Ängsten der Leute spielen. Deswegen gibt es, glaube ich, in jedem Rollenspiel oder auch in Fantasy-Filmen immer Riesenspinnen, die böse sind oder, äh, also die einen umbringen wollen. Oder halt auch in dem Fall irgendeine riesige Käfer und Schleimklumpen und was weiß ich nicht was. Und erst später kommen dann die Ogre-Orks und was weiß ich nicht alles. Noch eine Tür. So, ich glaube, hier ging das gleich dahin, wo ich hin möchte. Ja, mach du mal. Genau, hier rechts müssen wir jetzt, glaube ich, rein. Genau, Joes Lager. So, Riesenmonster und, äh, die Frau ist bewusstlos. Draufhauen, draufhauen und jetzt erstmal ein bisschen Feuer geben da hinter der Kiste. da hat sich noch was bewegt. Da bewegt sich noch viel mehr. Oh, oh. Kann ich nochmal umdrehen? Von da kommt auch was. Ja, hier ist ja die Hölle los. Äh. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ihr kriegt alle was. So, haben wir es jetzt. Sieht erstmal gut aus. So, das war auch, glaube ich, ähm, ich weiß es gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. Das hätte ich schon fast Mist erzählt. Ähm, wie gesagt, das ist ja Mind & Magic 4 und 5. Das heißt, die Reihe gab es dann ja schon ein bisschen. Ähm, die ersten Reihe, die ersten Teile waren halt, äh, mit plötzlich taucht Monster auf, wie es halt so üblich ist. oder üblich war früher und erst ab dem dritten Teil, glaube ich, war das, konnte man halt wie hier jetzt die Monster auch auf sich zukommen sehen in der Gegend und wurde halt nicht direkt immer sofort überrascht. Das haben wir schon drei bewusstlos. Also langsam jetzt, äh, eng. Aber wir ziehen das jetzt durch. Ja, und zum Beispiel auch der dritte Teil, äh, Isles of Terra, glaube ich, hieß der. War beispielsweise auch der erste, der auf Deutsch auch war. Das auch zum Beispiel ein Grund, warum ich, äh, okay, in der Küste findet er eine Notiz. Brüterschleim, ein Pärchen, 287, 5 Käfer, 245. Das Stück, 725, total, 1012 Gold. Wie erscheint, hat Joe Monster gekauft und in der Stadt verteilt. Das wird der Bürgermeister, das wird den Bürgermeister sicherlich interessieren. So, dann haben wir das jetzt auch schon mal rausgefunden. Und jetzt habe ich wieder vergessen. Genau. Das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich Daggerfall nie gespielt habe. Oder ich habe es jetzt mal angespielt. Ich hatte erst angefangen mit, äh, oh, jetzt habe ich nur noch einen. Na. So. Äh, was auch immer ich jetzt mache, die Leute sind alle bewusstlos. Hm, hm. Jetzt muss ich erst einmal hier heile wieder rauskommen. Und du bist alleine. Allein und verlassen. Kommt da noch was? Nein, nein, nein. Gut. Dann kann ich euch nämlich einmal kurz den Tempel zeigen. Der ist relativ wichtig. Denn all diese bewusstlosen Leute kann ich jetzt, äh, heile heilen. Ne, auch wenn die jetzt tot sind, kann ich die halt von den Toten wiederbeleben. Und so weiter. Kommt halt auch auf das dann vor später. Ne. Also, wie gesagt. Ich habe Daggerfall deswegen, also ich habe angefangen bei, äh, was die, ein bisschen Karte aufdecken. Also was die, äh, Seelder Scrolls Reihe angeht, habe ich eigentlich erst angefangen mit, äh, Morrowind. Dann kam ja irgendwann das, äh, Oblivion und so raus. Und dann hieß es, irgendwie mal, äh, Daggerfall und Arena seien jetzt freigegeben. Oh. Entschuldigung, tut mir leid. Äh, also Daggerfall und Arena seien halt freigegeben. Und man könnte sie jetzt halt kostenlos runterladen. Ich habe es gemacht, aber ich kann kein Englisch. Ich kann einfach kein Englisch. Und ich will es auch gar nicht. Also, Sprachen liegen mir gar nicht. Und deswegen ist halt, äh, das ist der Grund, warum ich Daggerfall nie wirklich, äh, gespielt habe. Sondern, wie gesagt, nur einmal kurz angetestet. Und, ja. Das ist halt dann so. So, einfach alles noch mal für mich wühlen. Jetzt suchen wir einfach uns noch mal den Bürgermeister. Der müsste ja, nee, das ist nicht der Bürgermeister. Achso, das ist Wern von der Gilde. Wern von der Gilde, da kann man sich jetzt eintragen lassen. Ab dann kann man Zauber kaufen. Nein, der Paladin kann zaubern, der Ritter nicht. Ach, ich weiß es nicht. Lassen wir alle Beiträge treten, bis auf den Ritter. Weil von dem ist ja derzeit der Einzige, von dem ich weiß, dass es nicht geht. Das ist irgendein Portal, da kann man jetzt sagen, wo man hin möchte. Da habe ich aber jetzt keine Ahnung von. Das ist nämlich zum Beispiel nicht das Portal, wo es jetzt in die Darkside geht. Das ist ein anderes. Das zeige ich gleich noch kurz. So. Danke für die Befreiung von Vertigo und das Aufdecken von Joes Betrug. Nun verstehe ich, warum die Extermination dieser Wesen so lange dauerte. Ich ernenne euch zu Ehrenbürgern. Herzlichen Glückwunsch. Oh, noch etwas. Ich habe eine Nachricht von den Bähzwergen der Roten Zwergenberge erhalten. Sie brauchen dringend Hilfe und versprechen jedem eine große Belohnung, der mutig genug ist, ihnen zu helfen. Anscheinend ist der Clan der Irrenzwerge in ihre Mühlen eingedrungen und hält sie vom Abbau ab. Helft ihnen und kommt wieder. So, 5000 Erfahrungen. Ein bisschen Geld, ein paar Edelsteine. Und jetzt, bevor wir rausgehen, müssen wir den Trainer suchen. Damit ich das auch einmal gezeigt habe. Nee, hier war kein Trainer. War der auf der anderen Seite. Erstmal sind da wieder Viecher. Na, mach die Tür auf. Man sieht, es muss nicht unbedingt klappen. Dann nimmt man halt gleich mal einen anderen Charakter, der vielleicht ein bisschen mehr Glück hat. Was ist hier? Das sieht nicht aus wie ein Tränzsaum. Eher wie eine Kneipe. Huch, zu schnell vorwärts gelaufen. Man soll auch ab und zu mal gucken, was vor einem los ist. So, das meinte ich nämlich, wenn man die Tür öffnet, kann auch eine Falle sein. Jetzt habe ich hier wieder meinen Bewusstlosen rumliegen. Der ja nicht einmal mehr, weil das war der einzige mit einem Bogen. So, Zauber, neuer Zauber, Erwachenlicht, bla, hilft mir nicht. Nein. So, Zauber, bla, neu, Magie-Pfeil und Zaubern. Klappt. Was will man mehr? Gleich nochmal. So, ich suche, oh. Ich suche den Trainingsraum hier. Wo war denn der nochmal? Da. Da ist auch noch so ein Vieh rum. Achso, ja, gut, na. Was haben wir hier? Gefängnis. Nein, ins Gefängnis wollen wir nicht. Guck du mal in die Kiste rein. Ich, aha. Das müsste ich, ja gut, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe das Spiel von der Zeitschrift. Ne, der Bestseller Games damals. Warte, da wollte ich nicht hin. Da muss ich hin. Ähm, wer die kennt, da sind natürlich auch Lösungen drin, die ich aber jetzt natürlich hier für das Spiel nicht nutzen kann, will, möchte. was auch immer. Also, ich könnte dort jetzt in die Karte gucken und dann wüsste ich, okay, auf dem und dem Feld befindet sich eine Falle, da darf ich nicht langlaufen und so weiter, denn gerade in der freien Wildbahn stehen viele Fallen halt auch rum. In die man halt Gilbert's Zauber, da kann man ja mal reingucken. Du möchtest kaufen? Nein, du ist es, du möchtest kaufen. Energieschlag, Insekten, Spray, Sprung, Schrapnell, Schlaf, Giftwolke, Magierblick, steht auch wie gesagt nicht bei, was genau das Ding macht. Man muss sich das nachher so zusammenreimen. Was aber ja auch nicht so schlimm ist, aber ich suche eigentlich jetzt erst einmal die Trainingskammer. So, hier ist schon wieder das Gefängnis. Du kriegst die Luke nicht auf. Ups. Und hier sind wir wieder bei etwas, das damit nichts zu tun hat. Hier oben ist jetzt wieder die Wiese, da war der Trainingsraum auch nicht. Erinnerungsvermögen. Es ist ja auch schon eine Woche her, dass ich die erste Aufnahme hier vorhin gestartet habe. Da. Eisenwerk, nee, es ist ein Händler. Aha. Wer will stehlen? Unsere Diebe natürlich. Schuppenrüstung. Dolch. Drei, zack. Noch ein Stab. Totschläger und eine Plattenrüstung. So, wie gesagt, jetzt kommt das Theater hier mit den Gegenständen. die Gegenstände hat erstmal natürlich alle sieben. So, Plattenrüstung kann man jetzt hier rüberschieben, dann kann der jetzt sozusagen, äh, den Ringpanzer, also man kann da gucken, ne, Rüstungsklasse 13, gehen jetzt auf die Regenrüstung, den Ringpanzer ablegen, Plattenrüstung, anlegen, gucken dann, jetzt haben wir Rüstungsklasse 18, der ist jetzt bei 10, Rüstung, Schienenpanzer, mal rüber, ablegen, anlegen, ist jetzt bei 13, okay, die Schuppen, der Schuppenpanzer ist schon mal gut, Schuppenrüstung, ne, Schienenpanzer. So, kannst du den Schienenpanzer tragen? Ja, dann kannst du das auch schon mal ablegen und das anlegen. Schuppenrüstung haben wir, Schienenpanzer, das wird die Klerikerin oder der Zauberer auch nicht tragen können. Können wir Waffen, Totschläger, klingt für mich wie ein Zweihänder, glaube ich, also das mal ablegen und anlegen und wie gesagt, ich sehe hier jetzt nichts, wo jetzt steht, der und der Wert hat sich geändert, du machst mehr Schaden. Aber, naja. so, ne, Keule, ein Dolch, ein Dreizack, ein Säbel, ich weiß jetzt nicht, was trägt er, der trägt auch ein Säbel. So, Accessoires kann man gucken, haben sie schon hier, der kann auch seinen Rasenring anlegen, wo ich jetzt auch nicht weiß, was der bringt, man kann jetzt gucken, der Widerstand hier liegt bei Energie und, also liegt bei 5. Wenn ich den Rasenring jetzt ablege, ändert der was? Also zumindest nicht bei den Widerständen, Kraft, Intelligenz, äh, anlegen, nö, irgendwie nicht. Er wird schon irgendeinen Nutzen haben, ich sehe es halt jetzt wohl nur nicht. Egal. So, jetzt können wir dem Typen natürlich auch die ganzen Sachen, die wir geklaut haben, verkaufen. Den wir auch verkaufen, so, der hat jetzt den Ringpanzer über, der kann weg, Schuppenrüstung über, kann weg, bei den Waffen kann das Hutschwert weg. Ich gehe da einfach mal hinten nach dem Preis, wenn etwas teurer ist, ist es besser. Ja, also es ist so, eine relativ anerkannte Logik. So, es kann auch weg und jetzt können ganz viele Waffen weg, durch und ich weiß nicht, was der Dreizack für eine Waffe ist, aber egal. Man sieht zum Beispiel auch, man kann jetzt über die Schuppenrüstung einen Ledermantel noch tragen, also man kann mehrere Lagen tragen, wie es zum Beispiel bei Morrowind damals auch der Fall war, wo man auch über die Rüstung noch einen Rob oder sowas anziehen konnte. So ist das hier halt auch, wenn die Werte haben, die man ja wie gesagt leider nicht sieht, dann, äh, naja. so, es muss doch hier irgendwo einen Trainingsraum geben. Wenn es den hier nicht gibt, da war ich schon, da, das ist die Schenke, das sind die Eisenwerke. Ich weiß, dass es hier einen Trainingsraum gab, weil ich war in der anderen Aufnahme da drinnen. Ich habe die also schon mal besucht gehabt. So, hier war ich jetzt noch nicht. Ja, mach mal, na, mach du auf die Tür. So, draufhauen. Nein. Ja, komm. Ich wollte eigentlich doch kurz das Training zeigen. Nichts. Und ein Mantel. So, wie gesagt, ich kann jetzt hier auf Gegenstände gehen. Ja, erstmal wollte ich hier auch so Rüstungsklasse 18 und muss mal gucken, ob das bei Rüstungsklasse auch was ändert. Der Messingmantel, ein Mantel aus Messing, ob das so bequem ist. Dann habe ich keine 18, dann habe ich 17. Was ist denn das jetzt? Ablegen. Okay. Dass das den Rüstungswert jetzt verringert, wenn ich einen Mantel über die Rüstung trage, ist noch 9. So, der hatte 13. Geht auf 12. Der Messingmantel verringert. Warum? Was bringt mir der dann? Kann ich mal hier auch gucken, Rüstungsklasse 8. Leder Mantel ablegen. 7. Also das klappt. Anlegen. 6. Okay, der Messingmantel zieht ab. Also wird verkauft. Leder Mantel setzt drauf. Man könnte vielleicht den Mantel an ihn hier weitergeben. Die Robe bringt ja nur Rüstungsklasse 6. Wenn ich hier zum Beispiel ablege und die anlege, habe ich 3. die Robe bringt ja nur Rüstungsklasse 6. Und die Robe dazu? Habe ich 5. Es hilft mir nichts. Es hilft nichts. Also Messingmantel ablegen wird verkauft. Hilft mir immer noch nicht weiter. Ich suche immer noch den Trainer. So, ne, da war ich schon. Da war ich noch nicht. So, ist hier? Ne, hier ist jetzt der Raum. Das ist auch alles vorbei. Da ist geschlossen. Ja. Steht geschlossen drauf, aber ich komme trotzdem rein. Wenn man ein Schild am Tisch sagt, geschlossen. Ist ja gut. Ich war trotzdem drin. Karten? Ich bringe euch wunderten das Kartenmachen bei. Niemand will das lernen. Nein, niemand will das lernen. Wir haben einen Kartografen. Also wie gesagt, da kann man jetzt zum Beispiel halt auch die Sachen lernen. So, hier ist noch ein Gang. Da ist die Frau wieder bewusstlos. Ja. Käfer, lass mich in Ruhe. So, dahinter waren wir schon. Da waren wir auch schon. Und ich, äh, ach, guck mal, Training. Und deshalb ist natürlich gerade unsere Frau hier. So, jetzt gehe ich hier erstmal wieder. So, heilen. So, und jetzt zum Training zurück. Schnell, 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 äh, da war das. Ne? Ja. So, jetzt können wir halt aufsteigen. Kostet halt ein bisschen Geld. So, und dann einfach nur 3 auf 4, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, und 2, 3, und die 4 schafft der hier zum Beispiel nicht. So, wenn man jetzt wieder auf die Werte guckt, sind wir halt, ich glaube vorher hatte der 12, jetzt hat er halt 36, 64 und also Trefferpunkte sind schon mal besser. Ab jetzt können wir auch Türen öffnen, ohne dass sie sofort aus dem Latschen knallen. Hoffentlich. So, gibt es hier eigentlich auch eine Bank? Oh, es wird schon Nacht, man sieht es, jetzt wird es aber auch ein bisschen lang hier, deswegen gehe ich jetzt erstmal kurz raus aus der Stadt, Vertigo verlassen? Ja, gerne. Und jetzt kommt der Kopierschutz von Might & Magic. Und zwar, wie lautet das Passwort? Es gibt dann Passwörter beim Verlassen der Städte, glaube ich, und da steht das halt drinnen, wo ich das Passwort herkriege, und zwar auf Seite 9, Zeile 1, Wort 3. Da ich das, wie gesagt, aus einer Zeitschrift habe, habe ich die Zeitschrift hier liegen, da gibt es eine Cotabelle, da steht das drinnen. Seite 9, Seite 9, habe ich hier, die Zeile 1, Wort 3, von, VON. Und man sieht, es hat geklappt. Jetzt kommt auch wieder was Schönes, die große Stadt, in der wir gerade waren, nimmt hier ein kleines Feld ein. Ist auch egal, ist halt so. Dann sind wir halt draußen. Da hinten läuft ein Ork rum. Na komm, stell dich vor die Flinte. So, nochmal. Und drüber. So, ist hier noch was? Oh, ein Brunnen. Wer möchte trinken, einfach mal Mut zur Lücke. Plus 25 Trefferpunkte. Das scheint aber nicht dauerhaft zu sein, weil das hier unten dann halt so leuchtet. Müsste, glaube ich, hier auch dann beistehen. Ja, aktuell Maximum. Wäre das dauerhaft, wird das da meines Wissens nach jetzt beistehen. Dann wäre das Maximum halt mit da eingetragen. So. Ah ja, und was ich jetzt auch zeigen kann, wir können uns nicht aufs Wasser bewegen. Da beschwert er sich. So, ich kann auch nicht auf den Berg klettern. Da beschwert er sich auch. Und ich dachte, da kommen Orks her. So, das ist eine Pyramide. Mit diesen Pyramiden kann ich zwischen den Welten wechseln. Das würde ich jetzt auch machen, aber dann starten wir sozusagen schon direkt in einer anderen Welt mit der Hauptquest. Das wollte ich jetzt noch nicht. Ich wollte es euch nur einmal kurz gezeigt haben. Wir können ja hier noch einmal quatschen. Das Kräuterwein. Krötenau ist der einzige bekannte Fundort für Firnerwurzeln. Eine Zutat für Gegengifte. Die Hexen der Aue verhexen jeden, dem sie begegnen, in Kröten. Deshalb traue ich mich nicht dorthin. Ich gebe euch fünf Tränke für jede Firnerwurzel, die ihr mir bringt. Und dann werden wir wohl bald zu Kröten werden. Gut, das war es jetzt erstmal. Wie gesagt, das ist ja auch jetzt nur die erste Folge. Die ist jetzt halt ein bisschen lang, wie ich gerade sehe. Sollte euch aber schon mal eigentlich einen guten Eindruck vermittelt haben. Ich werde das Let's Play vermutlich täglich hochladen. Ich drücke mir da selber die Daumen. Ich hoffe, ihr werdet das verfolgen und habt da auch Spaß bei. Ich werde es auf alle Fälle haben. Das Let's Play wird sich glaube ich auch lange ziehen. Ich habe mal bei YouTube geguckt. Es gibt halt über World of Scenes wenig Videos und keine Let's Plays. Jedenfalls habe ich keine gefunden. Es gibt ein Walkthrough. Ich glaube, da hat ein Typ, das innerhalb von 25 Stunden durchgespielt. Dort aber sicher, so wie ich das mitbekommen habe, komplett nur an die Hauptquests gehalten. Die ganzen Nebenquests, die halt mit bei sind, ignoriert. Wie gesagt, ich habe es nur einmal grob überflogen. Mal ein bisschen reingeguckt. Der hat auch nichts kommentiert und gar nichts. War für mich stinklangweilig. Mich hat es halt nur gewundert, dass er so schnell war. Denn als ich das damals gespielt habe, wie gesagt, 10-15% der Hauptgeschichte von nur einem der beiden Teile. Da habe ich wochenlang dran gesessen. Gut, ich war noch relativ jung. Ich habe vielleicht höchstens mal ein, zwei Stunden die Woche gespielt oder so. Aber, oder, nee, ich habe früher viel mehr gespielt. So sagen wir mal, ein, zwei Stunden am Tag. Also, es hat sich halt ewig gezogen. Und da ich das ja, wie gesagt, das auch Klein spiele, der hatte bestimmt schon Ahnung, wird es sowieso ewig dauern. Ich weiß auch nicht, wie oft hier meine Leute sterben werden. Aber so ist das nun mal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr werdet euren Spaß hierbei haben, so wie ich ihn auf alle Fälle haben werde. Und ich sag dann erstmal Tschüss